Hey, das Lied hat so viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Jigsaw, Dreh die Trommel, ist ein so krasser Song. Okay, ein heftiger Part ist auch dabei. Ich kenne das Lied für alle, die es nicht kennen. Wir geben uns das Ganze mal. Das hat echt mehr Aufmerksamkeit verdient. Ich meine 1,1 Millionen Klicks gerade mal und ist ein zu krasser Song. Ich sage euch ehrlich, würde ich mal sagen, geben wir uns das Ganze. Video ist auch echt klassisch gehalten, also müsst ihr mal drauf achten. Weder Autos noch nackte Frauen. Das Ding ist purer Rap. Einfach spontan an der Aral-Tankstelle gedreht. Zu ein Killer, der Junge. Also wie gesagt, schreibt mal eure Meinung zu Jigsaw in die Kommentare. Ich feiere ihn übertrieben. Und ja, sein Album dauert auch nicht mehr lang. Ja, Jigsaw hat ja auch gerade einen kleinen Shitstorm gehabt, so, wegen dem Streit mit Samarita. Ja, aber, ja, was soll man dazu sagen? Wir sollten die zwei einfach selbst klären und das Ganze nicht in die Öffentlichkeit ziehen. Jetzt kommt gleich ein zu heftiger Part. Und jetzt kommt, ja, ich würde schon sagen, fast einer der stärksten Deutschrap-Parts, die es hier gegeben hat. Müsste mal drauf achten. Zu heftig. Also, heftig. Ich, also das ist schon lyrisch zu krank. Zu krank. Ich, ja, einfach krank. Was will ich anderes sagen? Mit diesem Anglerhut aber jetzt. Das fliegt schon ein bisschen in meinen Kopf. Ja, Jigsaw. Also, krasser Song. Ich finde den Song einfach zu krass. Ich höre, der Junge legt einfach auch Wert auf die Musik so. Guck mal das Video an. Weder ein Auto, noch eine geile Location oder so. Einfach spontan an der Autobahnraststätte gedreht oder so. Ich höre, einfach geil. Einfach geil.